um zu einem neuen vorgemacht an der grund und leute ich habe noch gar nicht erwähnt das ja immer gern bei ihnen vorbeischauen leiten ab oder bei ihnen da lassen ich habe auch schon glaube ich habe schon gemacht ich weiß ob es schon klar ich mache ich glaube die kommt noch weil ich habe halt so viel zu tun in letzter Zeit ich muss jetzt noch drei Videos aufnehmen naja egal aber was wir auch machen wollen ich habe die Eisenfarbe und die produziert so viel Eisen das könnte ich direkt benutzen um Money zu bekommen und darum würde ich sagen wir bauen nicht wir reisen nicht in den Shop auf wir bauen nämlich hier ein bisschen Terraforming und bauen dann ein kleines Art Einkaufszentrum hin dieses Haus warte 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 ich schaue ich haus mir nur ein bisschen von ausnahmen ich sehe hier ein bisschen die und ich wollte also das man muss wissen du spielst fast kein meinst du hast jetzt erst wieder angefangen so und so ist war gut auf bin ich so ein schönes das ist ja auch hier mit den ganzen Schönen Schönen Schädern vielleicht noch ein bisschen mehr ja als wir heute hier noch machen aber jetzt ist es super weil es auch schon alles ausgelöst also mir gefällt dann acht die aus die gibt es auch okay ja 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 das trinkt und die die aus super heute einmal haben wir seit hier die Brücke gebaut und ich habe seit ein Cape gemacht für ein Ding das ist auch in der Video Beschreibung verlinkt das Cape und ich würde sagen hier müssen wir auch noch vielleicht ein paar Slaves drauf machen auf diese Holzblöcke weil sie fließt sie vielleicht ein bisschen cooler aus muss ich mal sagen und wir haben heute gespielt ist habe ich ein Totem einfach sie einfach mit meinem Texte Packs so geil aus ne es ist sie so süß aus für dich wir werden auch wieder in die letzte Zeit in nächster Zeit man nicht mehr Challenger spielen also können wir euch schon mal auf viel content erwarten wir haben ja auch auf jeden Fall einen weiteren Job gebaut damit wir dann auch einrichten werden und zack haben wir jetzt auch den Schalten Weg okay ich habe jetzt hier auf jeden Fall den Laden gebaut hier haben wir unsere Kasse der Kasse die Leute die hier kaufen einfach das Geld reinlegen da haben wir Eisenhelme ein Helm gleich eine Kohle das ist alles drin Schilder fünf Schilder ein Deal das ist eigentlich sehr guter Preis und ein Kettenschuh gleich eine Kohle und dann haben wir hier Kettur aber ich kann da einen Eisenhelm und ein Kettenschuh mitmachen ich möchte mal schauen ob ich den Blasförnis benutzen kann um damit Eisen herauszufinden weil es wäre eigentlich eine unendliche Eisenquelle wiederum weil es eigentlich für mich nur Müll ist hier ist ein Glas wird ich mag es zu öffnen es funktioniert was ich wusste es also bei ja bei Kettenschuh ist das noch nicht aber bei Helm jetzt nochmal die Kassenschutz zum Neuschnitten und genau überholt und Leute schreibt mir unbedingt in die Kommentare was wir hier noch alles verkaufen sollen am besten was wir hier in Mengen produzieren damit wir hier natürlich einen schönen Laden haben aber ist hier noch viel zu viel leer und müsste es längere Zeit nicht aufgefallen dass hier einfach keine Fische mehr drin sind das ist nicht gut wir müssen jetzt einfach neue Fische ranholen wir holen uns noch schnell neue Fische ran hier haben wir uns auch direkt unsere ersten drei Fische Läserfisch Spalterfisch und Läserfisch b b b b b b b Vielen Dank.